verstanden wir werden alle überlebende die wir finden manuell über den transporter markieren wir haben einiges neu überarbeitet so so Ich will dich nicht assimiliert. Danke. Ich will dich nicht assimiliert. Ich will dich nicht assimiliert. Lass die Gute ab! Wir müssen hier raus! Starfleet! Starfleet ist hier. Oh, danke Gott. Bitte, du musst uns helfen. Wir wussten nicht, ob jemand von Starfleet hat unsere Strecke. Signal. This code will open the gate. Please. Good. Nehmen wir halt die Prennen. Ja, schon klar. Na toll. Aber was, was ein bisschen unrealistisch ist, ist quasi das mit dem, ähm, mit dem, äh, mit dem, mit dem Burgwaffen. Ah. 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 Ah, na super. Ah, na super. Ah, normaler. Normalerweise hast du noch einen Frequenzmodulator. Ah. 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 Aber es ist all over! So, rausbeam... So, rausbeam! So, rausbeam! So, rausbeam! Sooo, ich kann mal weiter. Was ist das? Nein, wir sind die Einzige, die ja klusen und befinden sich im Orbit. Wir können sie retten, aber irgendwas blockiert unsere Transporter. Das können sie nicht allein sein. Ich kann die Musterverstärker einrichten, um die Borgstörungen zu durchdringen. Dann machen wir das. Wir haben die Borgstörungen für die Transporter, Sir. Ich möchte, dass sie den Zivilisten das Signal geben, herzukommen, um gerettet zu werden. So lange, wie es nötig ist. Geben sie das Signal. Feuer frei! Du darfst ruhig mal feuern. Eine andere Gruppe von Zivilisten ist beimt zu dem Schiff, Kapitän. Du darfst ruhig mal's, die Stabilisten zu werden. Geben sie das Signal. Du darfst ruhig mal eine Nummer zum Fliegen. Und co? Kupfergewissert ist bei den Zivilisten? Das ist Kupfer-Kupfer. Du darfst ruhig mal einig. Du darfst ruhig mal vorst похörst. Das ist Gudi, die Stabilisten zu machen. Einem Wettbewerb wird einlöser. Ich kann sie nicht weg. Ich glaube, es sieht dann aus, dass du da. Ich kann sie nicht wegsch域. Und du darfst, du darfst. Du darfst ruhig, was du da. Oder fährst. Dann ist dann münd durchzielen. Wir werden schon bald bei uns ein Mario denken für Ihre Hilfe. Wir sind noch nicht fertig, Coles, sie kommen mit uns. Sehr gut, dann los. Nein, ich bin immer gespannt. Tja. Probieren wir mal was. Hallo, Bock. Komm mal auf Eco-Shooter. Ei, ei, ei. Heftiger Komplex hier. Oh, scheiße. Ah, dann, Feuer frei. Die Borgers, so, wass the word? Effective? Systematic? Evil? I'm gonna go with evil. We are the Warp. Resistance is futile. Anboarde in der Pause. Ja. Wurde. Anboarde in der Zeit von der Aufrechdung. Wurde. Anboarde in der Zeit von weggebern. Du hast eine Schöpfung mit einem Nachbeizung und gerät. Hier wird ein schwerer Ort, die die Ertight oder die Ertight hervorzungen hingeht. Und eben nicht den Felsen etwas nach. Na gut, dann noch das Felsergewehr. Na dann. Ach, da meldet sich meine Uhr mal wieder. Klingt nach einem guten Plan. Dann steuern wir einen Kurs auf den Satelliten. Dann holen wir uns mal das Ding. Ja, es war doch klar. Ja. 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 Und ja. Hör auf, warte. Mal wieder. Das ist doch wieder nicht so schön. Das ist doch nicht so gut. Ja, das war doch klar. Das war doch nicht so gut. Eine Kübe? Ich denke, es ist unsere Zeit, um zu gehen in die Flurie zu gehen. ein odyssee schlacht damals sogar hier auch nicht schon wieder das wird also das haben wir da wurde ich sehe kreuzer die wollte akira klasse ja da war das meine zukunft star finder klasse ja reiner das machen der timing ist perfekt hat man hätte einen kubus nicht allein besiegen können oh speedy will come back und raum doch gerne ja speedy alles gut raum die borg also die haben die mission sowas von geil überarbeitet also hätte ich gar nicht hätte ich gar nicht aber das lieber herr gott im himmel also auch die schiffe die sind also kann man nicht sagen voll stop einfach mal ein schönes bild von oben passt ja geil also einfach nur geil na gut dann we need to get the civilians to safety and i don't think i can handle any more next job raum dog und dann holen wir mal unser schiffchen so dann rüsten wir mal also was bist du automatik gewehr ne ich will das phaser gewehr haben das ist besser so du kommst weg du kriegst das löschen löschen so wow endlich kriegen wir mal ein wendigkeit ja genau das schiff fliegt sich nämlich echt wie so einen schweren tonnen der wahl so faser weg ran damit löschen das noch dazu was das so next stop weiß ja ich hoffe hast alles bekommen speedy beim einkauf ja das bei mir habe ich auch einmal gemacht werden im live stream auch einmal einkauf einkaufen ich habe zwar damals wo ich noch ein bisschen ets 2 gezockt habe hatte ich länger als eine dreiviertel stunde gebraucht er so vom 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 zum johle und speedy er noch willkommen auf also Discord so Ach so, ja. Ja, ich muss da gerne, aber ganz ehrlich, der Netto hat momentan echt richtig geile Angebote. Also zumindest bei mir in Neulister, wo ich wohne. Jetzt habe ich gesagt, wo ich wohne. Ja, nee, ich wohne ja nicht weit vom Hockenheim, also von daher. Von Speicherer-Technik, wo sie Hype, Hype, Hype. Nein. Um Gottes Willen. Ähm, ja. Ich kann selber mal gucken. Ich meine, was am besten jetzt momentan beim Netto ist, oder es schmeckt, das ist dieses Weltmeisterbrot, das er da hat, das haben mit Mohn. Ich bin zwar kein Fan von diesen Massenproduktion, weil ich eher so, erkennt ihr Knutzt, den Streamer, ne? Ähm, den unterstütze ich da eigentlich gern. Der hat ein Kiel in der Bäckerei und ich wohne halt hier unten. Also ist schon ein bisschen, nun ja, weit. Aber hat man halt mal was bestellt. Ja, gut. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich beim Kaufland mir war, was geholt hab, das war, wo ein Kollege von mir, äh, nach, zu sich, also Richtung Heimat gezogen ist, haben wir letztens noch einen Kaffee geholt. Aber seitdem war ich nicht einmal nicht beim, ähm, beim, äh, beim Kaufland. Also es ist schon Jahre her, wann ist der denn weggezogen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber, ne? Oh, Blumeneffekt, ne? Bäh. Die Miranda-Klasse, ja. Jetzt bin ich erstmal gespannt, was ich für ein Schiff bekomme oder was ich mir ausleihen darf für ein Schiff. Hahaha. Also ganz ehrlich, statt zu mir die Miranda-Klasse gegeben hätte, hätte ich lieber die, äh, NX-Klasse. Weil ich weiß, bei der NX-Klasse, hm. Ja, das stimmt. Das hab ich auch schon mitbekommen. Vor allem das Problem ist, ich esse ja gerne mal Spä... Oder wenn du mal ein schnelles Rezept machen musst, ja. Ist so ein, ist so ein Spaghetti mit Pesto, äh, gar nicht mehr so schlecht. Ich mag ja auch diese Takia-Teller-Nudeln, ne? Und seit neuestem benutze ich ja gerne mal diese, äh, Takia-Teller. 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 Tag der Teller. Entschuldigung. Bin gerade wieder voll aus dem Konzept. Äh, und, ähm, die schmecken mir am besten, die schmecken mir am besten mit dem Pesto. Also, das war schon richtig, das war schon richtig lecker. So. Die Miranda-Klaus. Bin ich schon? Ah. Das wird uns der Weg zum Admiral gezeigt. Ja. Da stehen sie. Beide. So. Aber wir haben kein Faser-Gewehr auf dem Rücken. Genau. Ah. Das ist schön. Boing. 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 Können wir uns nicht hier hinsetzen? Ja. Wir sprechen. Wir springen am besten. Na gut. Ah, da bist du. Es ist gut zu sehen, dich in Person zu sehen. Ich habe bereits mein Report mit dem Admirall gereicht. Er ist jetzt für dich. Du hast eine Exemplarische Leistung unter Duress gezeigt. Du hast eine Menge Menschen geschaut, including Captain Taggart. Du hast du hoch gegen die Borg in der Kampf. Das ist viel zu tun als Cadet auf einer Trainingskruise. Aber du hast es alles gut gemacht. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank, Admiral. Das bedeutet mir viel. Vielen Dank. Es war meine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Oh, wenn ich mich jetzt richtig...